So, und jetzt Superböller 2, der heilige Gral quasi. Warte, ich muss auf die andere Seite wegen dem Licht. Superduper 2. So, da haben wir hier 17b. Und da die 9, das ist in dem Fall 23. Gustav, oder was ist das? Gustav Cäsar? Ja, irgendeine Charge auf jeden Fall. Gustav ganz ist es. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Ich gehe mit dem Fokus. Zack, da ist der Fokus. Das ist einfach viel zu groß hier. Da können wir gar nichts finden. 17b, haltet euch die Ohren zu. Ist die Polizei schon erlaubt? Wir machen ein historisches Silvester, stellen wir nach. Das ist erlaubt. Boah, Alter. Die sind so geil. Die sind einfach so geisteskrank geil. Okay, das ist wirklich mit Abstand das Beste bisher heute. So, jetzt sind wir mal gespannt, ob die mitkommen. Jetzt kommen diese beiden Wästchen hier. Boah, die sehen auch ähnlich Premium aus. Schön zusammengeknöpelt hier. Hier rollert. Grund ist stärker. Ja, wahrscheinlich auch wegen, ein bisschen wegen Schnee. Ja, mach mal hier. So, schauen wir mal. Kann ruhig liegen, ist hell genug. Ja, der war wieder, aber 17b Niveau. Jetzt machen wir nochmal einen. Na komm. Ich meine, weil es so schön war. Nö. Geil. Einfach nur geil. Alter Schwede. Ja, also, Leute, wenn ihr sie kriegt, shoppt sie euch. Prädikat, sehr gut, vom Dr. Knall und dem Rest der Bande. Macht's gut. Bis denn. Tschö.